Herzlich Willkommen zu einer weiteren Behandlung hier bei MAC Aesthetics. Heute sehen wir den Wangenaufbau mit natürlicher Hyaluronsäure und die Behandlung hat direkt schon einmal begonnen. Diese ist natürlich schmerzfrei, weil im Präparat selber eine Betäubung ist. Und unsere Patientin, die wirklich ganz, ganz sympathisch ist, möchte einfach dadurch frischer aussehen und dem Gesicht eine neue Form verleihen. Hier sehen wir einmal das Ergebnis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017